Liebe Kickers-Fans, neu bei den Blauen ist Miro Wawodic, unser neuer Torwart. Hallo Miro. Hallo. Ja, es ging ja jetzt relativ schnell alles. Am Donnerstag hast du einen Vertrag unterschrieben, am Sonntag hast du gleich gegen Freiburg 2 deinen Kasten sauber gehalten. Wie es ist sehr wichtig für uns, dass wir zum ersten Spiel 0-0 bleiben und dass wir weiter so gehen müssen. Das ist für diese junge Mannschaft sehr, sehr wichtig. Ja, du bist in deinem Fußballerleben schon etwas rumgekommen, hast ja auch schon in Köln gespielt, in Fürth, zuletzt in Österreich. Erzähl mal ein bisschen was über dich. So mein erster Klub, als ich war jung, das ist Haiduk-Split und dann später erste FC Köln, vier Jahre und dann habe ich gegangen in Aserbaidschan, das ist Euroleague mit Karabage spielen und so. Und dann habe ich hier wiedergekommen in Deutschland. Und jetzt bin ich ohne Klub gehalten. Ich muss hier wiederkommen und nur zur Experience. Was weißt du denn schon über die Blauen und wie bist du von der Mannschaft aufgenommen worden? Sehr gut, aber diese Mannschaft ist sehr, sehr, sehr jung und von den Stunden muss ich immer, weißt du, links, rechts, immer viel mit der Mannschaft sprechen. Genau, genau so, ja. Das ist für diese Mannschaft sehr wichtig. Alles klar, wir wünschen dir viel Glück bei den Kickers. Dankeschön.